Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Super Mario Bros. WANDA! Königsamen der Welt 2! Oh yeah! Da-fuck! Ted und der Prinz können aufatmen. Der Königsamt des Mölschchen-Gebirges gehört nun Ihnen. Doch der Weg vor Ihnen ist sogar noch gefährlicher und die Abenteuer wird immer schwieriger. Werden Sie meistern, was vor Ihnen liegt. es ist der kluge Einsatz ihrer Abzeichen könnte der Schlüssel sein wie sie alle da runterschreiten Lass uns eine Propellerblüte nehmen, um zu den Blüteninseln zurückzukehren Hier wird ein ziemlich starker Wind, also halt dich gut fest Jetzt wird wahrscheinlich die nächste Wolkenpiranha gekillt, oder? Oder auch nicht Also los, Königsamen, vertreibe eine der Piranha-Wolken, die Bause beschützen Den blauen, oder? Komm! Ich wusste, dass es der blaue wird Toll, es hat funktioniert! Warum auch nicht? Ich danke dir für all deine Hilfe, am besten machen wir gleich weiter Aber wo... Ah, ich weiß Die Güldenfälle Ganz oben am Wasserfall soll es einen Königsamen geben Beginnen wir unsere Reise, indem wir nach Osten zu den Güldenfällen gehen Güldenfällen Hört sich ja auch cool an, ne? Also so eine Goldinsel quasi Ja, cool! Ich zeig euch mal ganz kurz Ich hab auf Skid noch nichts weiter gemacht, weil wir ja noch in dem Level waren Aber hier fehlt uns ne Coin, die werd ich auf Skid holen Also hab ich nur eine Coin hier? Echt? Okay Eins, zwei, drei, okay Ja, das hier weiß ich noch nicht Vier Okay, vier Coins und ne Fadenstange Und hier fehlt uns auch nur eine Coin und zwei Fadenstange und noch zwei Coins Was ist das denn hier? Palast? Ach, da hab ich eine verpeilt? Ach ja, stimmt, ich war so Okay Ja, und hier, äh... Ich weiß nicht, ob ich das jemals tun werde hier Spezialwelt, Alter Gut, wir machen weiter mit Den Level der Mit einem bestimmten Level mit Achso, okay, ja, okay Delfin Kick 2 Ja, das können wir gerne mal machen Das können wir gerne noch Abzeichentest Delfin Kick Don, da Okay, let's go Okay, let's go Okay, let's go Come to that Boah Bwah Hoooly shit Egal, ich hab sie. Ich hab die Koi. Ist egal. Sterb ich eigentlich? Ne, ne? Das war ein Fehler. Hä? Du, die eine geht weiter nach oben, oder was? Ach, da kann man drin bleiben. Ach so. Ich dachte, man muss sich so schnell bekommen, wie es geht. Oh mein Gott. Und, ja, Fail von meiner Seite. Warum schwimm ich da? Das war ein Fehler. Ich bin zu ungeduldig. So, wir warten hier schön, ne? So. So, hier kann man drin bleiben. Oh mein Gott, wir sind tot. Alter, ich hab nicht gewusst, dass da einfach zweimal vier Blöcke rumschwirbeln. Du kannst nicht vorbei. Oh mein Gott. Ja, ich schwimme. Super. Es gab noch eine... Es gab natürlich noch eine Röhre weiter oben. Ich habe keine Ahnung, was sie da gesagt hat. Sonst hat sie immer Sia gesagt. Und jetzt hat er mal irgendwas anderes. Ja, ich brauche es jetzt aktuell. Ja, die Fahne hole ich mir irgendwann aus. Da ist ja nichts Spannendes. Auch Winklerrennen. Da ist vielleicht das Abzeichen doch nicht so geil. Also Winklerrennen wäre ja das geil. Der Jetantrieb. Weil... Wir sind super schnell. Okay, wir brauchen hier ja... Wir brauchen hier das Delfinabzeichen. Let's... ...each other. Oh, das war's. Warum ist der jetzt so schnell? Oh, das ist so schnell! Wow! Hey! Ja! Oh, shit! So cool! Oh, shit! Oh, shit! Oh! Oh, shit! 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 Du machst das großartig! Ach, diese Scheiße! Hallo, warum regalisiert die Steuerung nicht? Ich hoffe, dass es keine lila Coins oder so gab. Aha! Wiggler hat es nicht drauf. Nein, das war nicht das, was ich gucken wollte. Und das Wiggler-Level. Ne, da gibt es keinen, okay. Jo, dann geht es weiter. Schlecht Wetterfront mit Sturzregen. Wusstest du, dass du die Steuerung für Stammattakten und Rennen anpassen kannst? Ja, ich weiß. Aber ich würde gerne die Steuerung generell anpassen. Das darf man ja leider nicht. Schlecht Wetterfront, okay. Das ist ja eine geile Idee. Geil. Hi. Hi. Boah, wie ungell. Hi. Man sagt, dass der Ozean an Tränen schmeckt. Ja. Das sieht aus wie ein Ziel, oder? Warum kannst du nicht da oben? Okay, da ist aber nichts. Ich will keine Zeit. Ich will keine Zeit. Ich mach das anders. So. Das geht schneller. Hä? Okay. Ah, okay. Kommst du ja nur so rein, ey. Kommst du ja nur so rein, ey. Was ist denn der zu sagen? Willst du mit mir schwimmen? Bist du jetzt die Pädobu oder was? Bist du jetzt die Pädobu oder was? Ja. Toll. Toll! Warum, du blöde, dreckige, ekelhafte Scheisscheuer? Wobit habe ich dich verdient, ey? Ja, ja, Moment. Ich will erst wissen, was hier oben ist. Nichts. Nein, du bist nie. Nein, du bist nie. Secret. Ja. Oh. Oh, cool, sie knutschen sich. Ja, klar. Ja, klar, liebe ich Münzen. Wer liebt denn keine Münzen? Münzen! Schon wieder Münzen! Ja, wer kennt das? Boah, Alter. Boah, Alter. Wir haben noch alle... Oh, ja, okay. Äh, was? Äh... Was ist das denn für der asoziale... Alter Schwede. Ey. Ja, ich gebe dir gleich. Tsch, tsch, tsch... Tsch, tsch... Tsch, tsch. Oh mein Gott, was ist das hier, Alter? Oh, da ist er, sehr gut. Alter, ist das ein... Das ist so ein verrücktes Game, einfach. So, geil. Ah, ein Gerai! Ja, ha. Oh. Ha-ha. Huzzah! So. Da unten kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir kommen jetzt in Welt 3! Wuhu! Die goldenen Fenster. Oder? Das können wir jetzt eigentlich für die nächste Folge aufschlagen. Weil... Dann habe ich nämlich immer sieben Folgen pro Welt. Ich würde jetzt nochmal probieren. Oh, da sollen wir jetzt noch ein bisschen Backtracking machen. Wir können auch jetzt noch ein bisschen Backtracking machen. Wie gesagt, hier in der ersten Welt fehlen uns halt noch die Fahnenstangen zum Beispiel. Ne? Das können wir noch machen. Weil dann habe ich in der nächsten Folge einen schönen Beginn. So. So, das ist zwar das Level hier, ne? Da fehlt uns die Fahne. Da können wir uns auch mit dem geilen Jet ein bisschen... Mit dem Experten abzeichnen, ja? Und dann haben wir es auch mit dem, was die Fahne wird. Dann habe ich ja schon wieder. Du bist ja nicht. Das ist das für die Fahne? Dann bin ich auch mit der Fahne. Das ist die Fahne. Ja, du bist. Und du bist. Und du bist. So, haben wir die Fadenstange uns auch gegönnt. So, Fadenstange ist überall komplett, außer hier noch. Ach, das nächste haben wir auch nicht. Ja, ich bleib beim Expertenabzeichen, ne? Why not? Der Jet Sprint. Aber, warte, wir brauchen tatsächlich noch ein Item. Was ist das? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ja, geil! Juhuu! Nein, du blödes Krüppelfehl! Natürlich muss das Vieh jetzt die Dinger da kaputt machen, ey. In dem Fall war das Ding halt zum Nachteil der Jetsprint, aber mit dem Jetsprint kommst du halt am schnellsten durch ein Level. Also für die Fahnenstange ist echt das Ding am geilsten, aber generell ist das sowieso als der geilste. Voll Schnelligkeit her geht das auch los. Ist mir egal. Obwohl, das wäre gar nicht so schlecht, dass wir das hier haben. Ist gar nicht so schlecht, weil wir hier die Unfallrückbarkeitssterne haben. Und weiter geht's! Und weiter geht's! Achse. Manchmal. Diese Viecher finde ich so beschissen einfach! Ja? Warum existieren die? Und alle müssen sich sterben. Sterb! 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 Ich verstehe manchmal diese Hitboxen nicht! Okay, bitte. So, so. Da kommt der Gegner. So. Und jetzt stirb. Genau. Verdampfe einfach. So, haben wir noch zwei Fahnenstangen gemacht. Immerhin. Immerhin etwas. Nächste Folge. Ich freue mich extrem auf Welt 3. Hoffentlich wird die nicht ganz so asozial zu uns. Ach, hier fehlt auch die Fahnenstange. Und hier fehlt noch die Keulen, ja. Okay, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.